Ja, mappe ich mal den OpenStreet-Bett ein bisschen rum und benutze dafür den JOSM, also JOSM Editor. Das ist ein Java Editor, also auf jedem System. Und ich werde jetzt mal einfach so anfangen und einfach mal so ein paar Häuser einzeichnen, weil die hier fehlen halt noch vorhin, die ohne Ende Häuser. Und die werden wir jetzt einfach mal, oder zumindest das Gebäude führen hier so irgendwie einige noch, die werden wir einfach mal einzeichnen. So, und dann klicken wir eben da hin. Muss auch nur so unfair sein, weil irgendwie im Moment ist hier erstmal so, ähm, gut, wenn überhaupt erstmal was gemappt ist irgendwie, weil bisher ist dann noch nicht allzu viel. So, das machen wir jetzt mal ein bisschen rechtwinklig. Äh, wo waren rechtwinklig? So, das werden wir jetzt mal ein bisschen in dem Gebiet hier machen, weil hier ist irgendwie noch gar nichts hausmäßig gemappt. Oh, die Dinger kriegen dann auch jedes Mal gleich die entsprechenden Texte. Zumindest, dass es ein Gebäude ist, was für eine Art von Gebäude ist, das kann ich nicht näher spezifizieren, weil ich jetzt die Ecke hier oben im Büro steht, in Schleswig-Holstein nicht kenne. Aber, wie ist es aufgefallen, hier war ein bisschen rumzoomen, dass hier ohne Ende noch Gebäude geteckt werden müssen und ich dachte, ich mach das einfach mal. Jetzt mal auf 1.1, das sieht wie so ein Anbau aus. Und dann sollen die Leute, die da in der Gegend wohnen, das dann ins Hals etwas genauer ticken. Aber vom Grundsatz her ist es wie gesagt erstmal sinnvoll, dass da auch mal ein paar Gebäude geteckt werden. Musik 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 Und das werden wir jetzt einfach mal so machen. Das sieht wie so ein Grapport aus, aber ich weiß es nicht. So, hier sehen wir auch noch mal so ein Gebäude. Das scheint so ein Sticker-Bubel zu sein. Ja, kein Problem. Ich habe alles und schon an und für sich, denn ich glaube nur an dich. An und für sich. Das muss man auch mal so ein Gefährdermachen. Das kann man nämlich dann umordnen. Das ist halt ein Kreiswert. So, dann müssen wir ja mal gucken, wie man das am besten tickt. Und ähm... Das ist die Frage, wie man halt ähm... Wie man das am besten tickt. Das schauen wir mal in Piki kurz nach. Ja, ich gehe mal in Piki kurz nach. Ja, ich gehe mal in Piki kurz nach. Ja, ich gehe mal. Das wird es dann wohl sein. Die gleichen Dinger haben wir da auch noch mal scheinbar. Das können wir direkt kopieren. Das muss jetzt auf eine Größe passen. Da haben wir dann nochmal welche. Den mache ich immer neu, weil der etwas kleiner ist. Mein Papa sturmt. Ich bin jetzt unter die Kadire gegangen. Da bin wir mal ein bisschen bei OpenStreetMap rum. Mal was anderes machen als immer, um zu spielen. So, das Ding müssen wir jetzt wieder ein bisschen rund machen. Da kopieren wir uns mal die Texte raus. Gut, dann können wir da wieder weiter mit den Gebäuden machen. So, das scheint der Unterteil zu sein. Oh yeah. Ah, danke für den Gießab. Das ist schon das... Keine Ahnung, man sieht ja gar nicht wieviel. Zehn Monate. Ja, zehn Monate, ja. Ja, ich bin nach das öfter mal so, aber das erste Mal jetzt, dass ich das Systeme... Aber das ist einfach mal... Gerade in so Gegenden, die echt ländlich sind, da ist halt relativ wenig bisher noch geteckt. Und ich bin jetzt momentan in Schleswig-Holstein gegangen. Und zwar so Löwen-Street. Das ist zwischen... Ja, ja, auch halt so... Mitten in Schleswig-Holstein halt. Da war noch relativ viel weiße Fläche. Weiße Fläche heißt immer, dass... Ja, da relativ wenig geteckt ist, so. Ich hab mir jetzt einfach so einen kleinen Portfall draussenloat. Und den attiere ich dann mal. Und wo das liegt nicht. Ähm... So ist er auch weiter. Wie gesagt, meistens weiß ich halt nicht, was für Art von Gebäude das sind. Das sind generell Gebäude, sondern so. Meistens dürften eigentlich Ställe in der Gegenteil untersuchen. Aber genau... Kann ich das halt nicht sagen. Oh, da haben wir das Ganze mal ein bisschen echtwinklig auch hier. So. Oh, Alter, ich hasse dich. Deine Mutter auf Elektro. Dein Vater auf Bossa Nova. Deine Katze auf Klassik. Und du auf Pop? Macht nichts. Dieser Family bietet dir 6 Premium Profile für 1499. So bekommt jeder ein eigenes Profil. Dein Flo bleibt dein Flo. Und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssungs hören, ohne aneinander zu nerven. Gleichzeitig. Klicke auf das Banner und hol dir jetzt Deezer Family. Wie schön, dass ich keine Familie habe, die hier mit wohnt. Ja, und wie gesagt, also hier sind noch irgendwie quasi keine Gebäude hier mit. Insofern ist das jetzt momentan nicht so weit weg. Ich hab jetzt gar nicht, was ich hier treibe. Aber... Und so, ich wenigstens dafür, dass das Bild dann auch mal vernünftig kartiert wird. Wie gesagt, in Hamburg ist sowas natürlich schon längst erledigt. Insofern macht das keinen Sinn, das da zu machen. Und jetzt kann doch auf dem Dach sein. Da haben wir schon wieder so eine komische Güllegube. Schön, dass wir alle relativ gleich groß sind. Dass wir so einfach quoting chitten haben. Nehmen wir ihn wie immer. Ich mag meine Babyboy. Ich mag meine Babyboy. Ich mag meine Babyboy. Ich mag meine Babyboy. Juhu. Alla mal raus. Ja, und so klickt man sich dann halt durch, Löwen steht, äh, puhich. Kann man natürlich also alles noch viel, viel feiner decken. Aber so für den Grundsatz reicht das so erstmal. Wie gesagt, dass erstmal überhaupt etwas dran ist. Ist das jetzt auch ein Haus hier, keine Ahnung. Ja, und wie gesagt, die Russen sind aus dem Video. Gut, J-O-S-M heißt das Tales. Das ist halt, editiert wurde durch dich auf jedem System, weil er halt einfach, wie gesagt, auf Jahre aufsetzt. Solange du Jahre installiert kommst, funktioniert das wunderbar. Da haben wir auch noch ein paar Gebäude. Dann machen wir da mal weiter und gleich. Schieben noch. Schief auszoomen. Und die Klinge kriegen dann halt immer gleich hingestellt im Text, weil das ist halt, ähm, davor eingestellt bei dem Knopf. Was also auf der Karte dann weiß, äh, bekannt ist so, dass es halt bei einem Gebäude steht. Vielleicht sollte ich das jetzt auch nochmal aufziehen. Und rechtwinklig machen. Kölnisch könnte man natürlich auch den Serien-Boot jetzt Techno also auf privaten Rundstücken machen und sowas eigentlich nicht. So, wo haben wir alle jetzt? Oh Gott. Sorry, ich nehme mich mal kurz. SEREN BELL. Der ist nicht zu. Es ist nicht zu. Der ist nicht gut. Ich nehme mich nicht zu. Aber wieder sind Nummer zwei. Ich nehme mich mal kurz. Da bin ich nicht drauf. Alter, diese Scheiß-Call-Sender nerven mich so hart ab, ey. Hallo, hallo, was willst du von mir? Irgendwie verkaufen? Was? Wie? Versicherung? Nee. Mein Gott, ey. Komischen Asiaten, die einen dann mal anrufen. Ich verstehe kein Wort von denen und die wollen ja irgendwas von dir. Ja, das könnte auch schon wieder ein Gewächshaus sein, ne? Ja, mal bis hier Ende. Checken wir das Gewächshaus da mal extra. Ja, doch, das ist nicht eindeutig, mir wirkshaus. Ich meine sogar direkt an Recht checken. Ich will kurz nachgucken, wie Gewächshaus gecheckt wird. Ich will kurz nachgucken, wie Gewächshaus gecheckt wird. Wie taggen wir denn einen Tag? Ach, Greenhouse. Nicht einfach. Ja, das passt doch. Ich muss auch ein bisschen spezifischer machen. Äh, Greenhouse, 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 da ist es doch. Ja, und so schlage ich dann halt meine Freizeit tot. Das könnte ja auch ein Gewächshaus, ne? Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Gewächshaus. Die sind jetzt so komisch, ne? Kann man mal so sagen. Da ist wieder komischer Billetank, da ist auch wieder einer. Mein Gott, haben die davon viele. So, da oben hatte ich doch schon mal einen kleineren Güttetank. Ach, ich weiß noch mal. Keine Ahnung, wo der jetzt gelegen ist. So, das runden wir mal ein bisschen ab wieder. Ähm, da. Gut, dann müssen wir da noch den Kram einkopieren. Was war das jetzt? Burry Tank, okay. Äh, wo ist die jetzt? Da. Gut. Die haben wir alle. Die haben wir. Was haben wir? Dann machen wir da weiter, okay. Das sieht alles mehr nach einzelnen Gebäuden aus. Das hier war ganz oder soll das ein Dach sein? Hm. Man weiß es nicht. So, da haben wir schon wieder so eine Jaukelgrube. Da hat ja jedes Haus eine eigene Külligrube oder wie. Ja, haben sie ja leider nicht. Meistens sind die echt ohne Deckel scheinbar. Aber Windräder habe ich auch schon ohne Ende heute gemacht. Und das Gebäude, das ist noch kein Gebäude. Okay, machen wir das. Ja, und ich mache halt gerne solche Sachen. Was weiß ich. Wikipedia. OpenStreetMap. Äh, halt alles, was so ein bisschen Gemeinschaftsarbeit ist. Wo ich das Gefühl habe, so da hat jeder was von. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass hier allzu viele in diesen Ort reinfahren werden. Aber es wird halt vollständiger dadurch letzten Endes. Ich will das da nicht dran haben. Der Aldi-Preis-Preis. Ja, du. Die Mehrwertsteuer sinkt und Aldi setzt noch bis zu 1% obendrauf. Das bedeutet, einmal einkaufen, zweimal sparen. Alter, ist das doch mal so laut. Soll dann. Woll dann. Woll dann. Woll dann. Für nur 1,93 Euro. Teuer. Kannst du dir sparen. Mein Gott ey. Jetzt bei Aldi. Das hier auch ist das Gebäude? Ja. Dann lassen wir das da rumchecken. Das sieht schon fast wie so ein Hofgebäude aus, was irgendwie immer größer geworden ist. So nachträglich. So, der Punkt ist überflüssig. Der kann weg. Dafür machen wir da nochmal einen. Ja, und mit rechtwinklig. Weiß nicht. Ich glaube hier nicht. Das wird eher schlechter als besser. So nachträglich. So nachträglich. Dann lassen wir das mal an, nur so hell. Dann haben wir die zwar komische Wände. Bisschen Windschief alles. Aber ich glaub so ist das denn ein bisschen besser. Das ist halt bei saliten Fotos auch immer schwer abzuschätzen, weil man halt nicht immer gerade von oben drauf guckt, sondern teilweise mit Fisheis fotografiert werden. Dadurch ist das natürlich ein bisschen verzehrt. Da sind auch noch ungetackte Gebäude. Man muss ja nicht gleich taub deswegen werden. Wir machen das so laut irgendwie. Das höre ich hier in meinem Kopfhörer irgendwie fünfmal so laut. Ich meine, dann muss ich jetzt hier. Ist doch nicht sinnvoll sowas. Ich glaube, ich habe einen Gehörschaden bekommen. Ich gehe jetzt halt leider ein bisschen unkoordiniert hier vor. Ansonsten müsste man noch irgendwie echt straßenweise vorgehen. Die sind echt unfassbar. Da. Wo ist der Einflug? Da. Na gut. Da passt das Hongo gleich drauf. Also die anderen muss ich glaube ich diesen etwas größer leider. Wie mache ich dann lieber nochmal meine Welle selber? Ich würde mal möglichst wenig Punkte verwenden, weil je mehr Punkte das tun, desto mehr Daten werden es natürlich das Ende ist. Und ähm, naja, man kann sie ja auch nachträglich rund machen und dann braucht man gar nicht so, ähm, gar nicht so viele. Habe ich doch irgendwie, was war das jetzt? Warum mindestens vier Punkte auswählen? Ich gehe jetzt markieren, extra oder wie? Hm, muss ich jetzt tatsächlich einsam machen? Na gut. So, dann muss ich nochmal das Tick, ähm, Slurhi Tank vergeben. Ja, auch nochmal. So, ist das hier auch gebäude? Ja, ich würde sagen ja. Ja, ich würde auch noch mal so unterstellige Hallen oder sowas sein. Aber das soll ich aber den Schein wieder besser auskennen, als ich hier. Also ich sah die Liedenmapper. Na, das war jetzt mäßig klug, was ich hier gerade gemacht habe. Ähm, nach oben, nach rechts, da in die Ecke, da in die Ecke, dann einigermaßen rechtwinklig machen. Jut, da ist auch noch nichts irgendwie. Komische Gebäude, alle verschieden hoch. Und wir wollen gleiches Recht und Gleichheit für alle Menschen, gleiche Raus, Farbe, gleiche Rauben, Farbe, gleiche Räumen. Gleiches Recht muss stehen für alle Menschen. Boah, boah, wir tun uns so. Es muss auch, wie gesagt, alles gar nicht so genau sein, wenn man das das erste Mal so macht. Ich finde das echt erstmal, dass halt überhaupt die Gebäude alle als solches existieren. So, das hier ist mein Rednerhinkt. All das Gold, das ihr besitzt, alles nur geklaut. Die Mähen dieser Welt schamlos auch getraut. Was soll das hier? Ja, das wollen wir nicht sein. Okay. So ungefähr. Da haben wir dann auch der Wäsche. Das machen wir aber als Eingebote. Wir wollen Gerechtigkeit für Schwarz und Weiß. Wir spürens an jede Wand, wir reißen alle Mauern ein. Wir wollen Gerechtigkeit für Groß und Klein. Für die, die keine Stimme haben, wollen die die Stimme sein. Wir wollen Gerechtigkeit für Schwarz und Weiß. Wir spürens an jede Wand, wir reißen alle Mauern ein. Wir schauen mal, dass wir dich schon wiederkommen. Wir sehen uns, wie wir diesen G shutten. Auf der Armbeier hat das. Wir sind jetzt schon wieder an die Wand. Wir wollen sich auf keinen Weg auf die Wand... Wir wollen die I-Radur. Wir wollen die Zeit, wir wollen die Zeit und die Zeit nicht geben. Wir wollen die Zeit, wir wollen die Zeit und die Zeit wieder werden. Wir wollen die Zeit nicht wieder haben. Wir sind bereit, alles zu tun, auch wenn es offen ist, auch wenn wir hier. Nicht vergessen, wir haben eh wieder Gebäude. Ja, bis später, ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, danke für deinen Follower. Quatsch, deinen Zap. Deinen Zap nochmal, vielen Dank. Oh, deswegen verschieben wir ein bisschen. Das hier natürlich auch ein bisschen runter. Und das Ganze wieder rechtwinklig. So, das machen wir mal als Einbrüge hier. Na, das ist mäßig geil, warte. Nehmt mal 90 Grad, wie die gebaut sind. Also, wird so bleiben, weil es ist wie es ist. Nur damit ihr wisst, wir wollen. Justice, ouais, justice, ouais, on va le gueuler. Je suis prêt, je suis prêt, prêt a avancer. Je sais, ouais, je sais, ouais, de tous les pas qu'on a fait. Français d'importante, si on n'y lutte pas, on ne va pas nous la donner. Justice, ouais, justice, ouais, on va le gueuler. Je suis prêt, je suis prêt, prêt a avancer. Je sais, ouais, je sais, ouais, de tous les pas qu'on a fait. Und ist bisschen schief und krumm. So passt es aber wieder. Ist auch wieder eins. Das wiederum scheint aufgrund der verschiedenen Dachfarben verschiedene Häuser zu sein. Beziehungsstrange alles. Und wir werden weiter leben, ganz egal was auch geschieht. On sexe, aber on tine, on s'investit, on s'invend'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Ja, und ich hab keine, weil ich immer noch nicht. Deine Katze auf Klassik und du auf Pop macht nichts. Deezer Family bietet dir 6 Premium Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Flo bleibt dein Flo und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne aneinander zu nerven. Gleichzeitig. Klicke auf das Banner und hol dir jetzt Deezer Family. Das ist echt zu laut. Einfach nur zu laut. Das ist echt zu laut. So, jetzt würde ich mal fängeln das Mittel, danke. Ich bin gar nicht sicher, ob das hier alles Haus ist, was ich da als Haus magiert habe. Das könnte auch eine Terrasse sein, das ist auch glaube ich so. So sieht das eigentlich realistischer aus. Und das ist glaube ich nur so ein See oder so, wo sieht da noch kein Haus aus. Ja, so klicken wir uns, wo ich müde steht. Oh, da hat sie dann ja so was aufgemacht. So lang ich dritte. Ich bin gar nicht sicher. So lang ich dritte. Ja, und ich bin gar nicht sicher. Ich bin gar nicht sicher. Ich bin gar nicht sicher. Checken wir das auch gleich als Kino aus. So, dann geht es weiter. So, dann geht es weiter. So, dann sind wir ja auch auf einen normalen Ortsausgang eingekommen. Dann gehen wir gleich wieder ein bisschen zurück in die Mitte rein. Ja, ein bisschen weiter kann er noch, glaube ich. Ein bisschen doof wegen den Schatten immer. So, dann arbeiten wir uns mal hier am Rand entlang. Das ist auch eine Ruhe hier. So, dann geht es weiter. So, dann geht es weiter. Das ist wieder ein Gelsang aus offensichtlich. Dann können wir das auch gleich entsprechend taggen. Oh ja, müssen wir gleich nochmal in die Mitte zurückgehen, hier oben fällen noch die Die Mitte zurückgehen, hier oben fielen, 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 Ein bisschen Gülle-Tanks machen. Und im Kreis anrottnen und daraus dann einen Gülle-Tank machen. Und das Ding kopieren wir dann gleich mal. Ein und verschieben das auf den daneben. Ich war jetzt ein bisschen größer, aber das soll mich jetzt nicht weiter spüren. Ich glaube, das Kreis anrotteln, mache ich mir auch nochmal ins Menü rein. Ich hoffe, dass ich das hier in diesem Plan brauche. Macht das auf jeden Fall Sinn. Gut, da sind auch noch ein paar Gebäude zu stecken. Oh, mein Tee ist schon wieder fast kalt, bestimmt. Jo, gut, Gebäude. Ja. 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 Da ist auch noch eins. Ja, wobei, das könnte auch so eine Schlammfläche sein. Das ist auf jeden Fall ein Gebäude. So, ich glaube, ich hangel mich jetzt erstmal an äußeren Ortswand entlang. Wir gehen dann wieder zurück in die Mitte anschließend. Ja, was ist das denn jetzt hier? Wir fangen jetzt mit hier auf. Das haben wir jetzt mal so ungefähr. Aber da kennen wir das da eh nicht. Ich hab's mal so einen kleinen Gebäude. Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop? Macht nichts. Dieser Family bietet dir sechs Premium-Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Flo bleibt dein Flo und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne aneinander zu nerven. Gleichzeitig klicke auf das Banner und hol dir jetzt Deezer Family. Wobei, das ist auch ein Haus, das sieht genauso aus, okay. Dann machen wir daraus doch nochmal so einen Schuppen, das ist vielleicht aber nur so ein Karpot oder sowas. So, da endet das scheinbar. Bei mir so runter. Klassische Tetris-Form. Ich wüsste jetzt so gerne, was das ist. Ich glaube, das ist so ein Silage-Ding, da liegen dann diese Autoreifen drauf mit einer Folie darunter und dann unter wird dann vergauen oder so. Das kann ich mir vorstellen, ohne weiße Folie. Könnte auch immer gut sein. Das ist jetzt hier auch ein Gebäude. Ja, sieht fast so aus, wenn da einfach eine One-Six-Wartefeier ist. Und da auch ein Gebäude stehen. Können wir da nur ein bisschen ungenauer checken. Das ist noch ein Anbohr oben dran. Und dann kommt der Punkt da wieder weg. Ich glaube, diese komische Tetris-Form ist sehr beliebt. Ist das jetzt in Engelbrüde hier? Okay, das sind auf jeden Fall mehrere Zufahrten. Da parken Autos, hier parken Autos. Das sind auf jeden Fall zwei Gebäude. Aber hier treten wir das wieder ein bisschen runter. Oh, ich mache das jetzt erstmal Tetris-Form mäßig und dann muss ich da nochmal eine Ecke wegmachen. Irgendwie, ähm, ist das hier schon bei mir, äh... Der Sonn-Siegel auch in groß. Ich weiß nicht. Das ist was anderes. So, da sind dann auch nochmal zwei Gebäude. Das schieben wir noch mal. Genau. So, passt das, glaube ich, hier. So, und das Ding geht ungefähr mal da bis da. So, ähm... Was ist das denn hier? Hier ist ein Ausschwenker im Ort oder wie? Na gut. Was ist das hier für eine Linie? Okay, warum hat er das so komisch gebaut? Ich lasse das jetzt einfach mal so. Mal. No woman cry. No woman cry. No woman cry. No woman cry. So, das ist hier auch ein extra Haus, scheinbar so ein Schuppen oder so. Hier wieder die beliebte Tetris Form, wie ich es immer nenne. Bis zum nächsten Mal. Dann messen wir jetzt auch diese Schuppen, das kann auch genauso gut ein Sonnenschirm sein. Ne, messen wir glaube ich nicht. So, da ist wieder diese Eisenbrot und die Gebäude, damit das wieder ein Tetris Stein wird. So, ich glaube das war es. Ist immer noch ein Gebäude. Was ist das? Hier ist auch ein Gebäude. Okay, das habe ich doch nicht mal gesehen. Aber ist das nicht so cool? Ne, das ist glaube ich ein Gebäude. So, ich glaube das ist ein Gebäude. So, ich glaube das ist ein Gebäude. So, dann haben wir die ja genau oben auch fertig. Was ist das hier? Es ist echt ein bisschen unfraglich. Ne, ich glaube das ist aber nur Betonboden. Das lassen wir so. Das ist wieder so ein Schuppen oder sowas, keine Ahnung. Wir haben eine Garage mit einer Zufahrt, hat es ja immerhin. Du weißt es nicht. Was ist das hier? Das sieht irgendwie immer wie Sand aus, merkwürdig. Oh, das machen wir mit so einer Brüder. Also, das sieht ja so你好. so ungefähr gut weiter die straße entlang das scheinen auch wieder einzelnen stimmige gebäude zu sein was war das jetzt so dann ist das unnormal aber das ist immer so scheiße wenn die ab 45 grad wegen stehen die blubräume oh hier oben wollte ich nichts vergessen das ist wirklich bludel formt das aus nee könnt ihr keine geraden häuser bauen so das ist wahrscheinlich wieder eine übliche terrasse das ist doch ein haus ich glaube das ist kein haus gut ich bleibe jetzt erstmal hier so außen das wird schon mal noch gebaut oder so dann gehen wir mal da ist alles da ist irgendwie so ein gebäude das ist dein Lidl Preisversprechen der Erfinder von Qualität und günstig hat die besseren Preise im direkten Vergleich zu Aldi Süd und Aldi Nord sind wir bei einem üblichen Wocheneinkauf über 11 Euro günstiger alle Infos findest du unter Lidl.de Lidl lohnt sich so sowohl das ist jetzt wieder verschrieben hoch irgendwie das nehme ich auch mal wieder als zwei Häuser das ist wiederum schein ein haus zu sein das ist jetzt etwas seltsam vorm wieder Das war echt sehr ungenau jetzt, naja, gut, ähm, da ist kein eins, da ist da noch irgendwie schon wieder boigen, als auch eins. Gut, dann müssen wir mal aufpassen, dass wir hier keine vergessen. Eher dann gleich mitnehmen. So, und wie geht das jetzt hier als einzelne Gebäude oder als einzelne Gebäude? Ja, ich nehme lieber einmal einzelne Gebäude. Auch wenn die wahrscheinlich ein Türchenkram werden, aber man weiß es halt nicht. Und zusammenfügen kann man die halt immer noch dann. So. So. Ah, so meins. So. Und wo haben wir nun alle? Ah, hier ist nichts mehr. Hier fehlen auch noch welche. Ah, ein bisschen rutscht hier irgendwie mehr. So, machen wir mal hier weiter. Das ist das. Oh. Aha, so. Das ist das. Das ist das. Das kamedenger tweet. This war das E dragboken, bestimmert Pfeil so dir? Das ist das. Das war ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, was ist das jetzt hier? Haben wir direkt davon noch nebenan weiter, würde ich sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, so ungefähr. Ja gut, hier vorne ist auch nochmal was. Das ist hier auch nur glaube ich so ein paar Plätze oder so. Und jetzt war's. Es ist wieder Gewächshaus, würde ich sagen Ich freue mich, dass das so deutlich heller wie der, ah ja, Adon Dicher Ah, da fällt, ok, wenn ihr das sagt Da ist die Toru, da ist es krass weg, würde ich auch sagen Obwohl, ist das glaube ich wieder auf so einem Park, das... Lassen wir das mal so Oli Ball, na sowas haben die da also auch, na denn Ich bin ja, da fällt, ok, wenn ihr das sagt So, da haben wir eine Runde haben wir jetzt glaube ich alles, dann geht es jetzt viel weiter. So, da haben wir eine Runde. So, weiter in den Süden rein, hier haben wir es schon gemacht, ok. So, da haben wir eine Runde. So, da haben wir da wirklich alles in Süden gemacht schon. So, das bisschen Schießen kommt raus, das ist nicht von uns. Da die EPS-Spuren und die Straßen ansonsten so stimmen, sollte der Versatz da einige relativ gering sein. So, da ist ja auch noch ein Haus, oder nicht? So, da kann man auch mit, würde ich sagen. So, da ist das hier in der Runde noch irgendwie, das Auto dem Buchstatt fällt. Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop? Macht nichts. Dieser Family bietet dir 6 Premium Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Flo bleibt dein Flo und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne aneinander zu nerven. Gleichzeitig, klicke auf das Banner und hol dir jetzt Deezer Family. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen weitermachen. Jetzt machen wir mal nur so ungefähr. Auch da ist das Haus, das Ende der Rest des Parkplatz. Wir haben Neuronen warm, wird das schon, ok. Weiten wir uns jetzt den 7 mal weiter vor. Ach, das finde ich aber noch. Na gut. Hm, warum ist das hier so schief? So, ist das jetzt ein Teil oder ist das ein Haus oder man weiß es nicht? Dafür ist die Qualität der Bilder echt noch ein bisschen zu schlecht. Bis zum nächsten Mal. Ja, nech. Das war wirklich nicht. Weil wir uns jetzt hier so schief sind. Das ist das 문제, die Geschichte der Welt wird verlangt. Ja, ich glaube das passt so mit dir. Das machen wir mal noch ein bisschen schmaler. Ja, da waren wir schon um die Ecke. Ja, da waren wir schon um die Ecke. Ja, da waren wir schon. Da waren wir auch schon zugegangen, okay. Das geht noch ein bisschen besser. Da ist nichts mehr. Ja, ich würde sagen, dann sind wir bei den Häusern in... ...und so viel ein Bögen steht fertig. Ja, das sieht noch gut aus. So, ich war Zeit lang, dann laden wir das Shenchat erstmal hoch. Ja, überlappende Linien übermorieren wir jetzt erstmal. Ja. 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 Gut. Das war also Löwenstedt. Dann wollen wir doch mal schauen, ob die Löwenstedt jetzt Häuser hat. Löwenstedt in Deutschland. Da ist die Frage, ob das das richtige Löwenstedt jetzt ist. Aber das sieht ja erstmal so aus. So, wie wir sehen, sind wir noch fast keine Häuser. Aber das sollte sich dann gleich ändern. Was ist noch andere Löwenstedt? Aber das ist ein... Ach, gibt es zwei Löwenstedt, der Löwenstedt oder die? Also ist das da nichts. Ne, also das möchte ich nochmal auf dem 2 sein. Also das 2 Löwenstedt so dicht die nebeneinander gibt. So bleiben meine Häuser. Ah, da habe ich sie doch. Ja gut, da hat jetzt ein Löwenstedt auch heus. Also das ist doch schön. Die Klung ist ja auch mal ein geiler Straßenname. Gut, damit haben wir dann ein Löwenstedt gemacht. Okay. Ich verstehe aber nicht, warum es das zweimal geworden ist. Das eine ist die gesamte Gemeinde, okay. Das andere ist nur das Dorf. Gut, also jetzt haben wir auf jeden Fall Löwenstedt schon mal fertig. Dann können wir das Ding ja jetzt schließen. Da ging es dann nachmittags los. Eine SMS nach der anderen. Wochenlang waren wegen der Corona-Pandemie viele Grenzen Deutschlands geschlossen. Oft durften nur Berufspendler jeweils zu dürfen. Dann gehen wir mal nach den deutschen Autofahrern mit im Gespräch Mittelfinger begrüßt, weil sie mein französisches Kennzeichen gesehen haben. Europas Corona-Grenzen, das ARD-Radio-Feature über Abschottung, Misstrauen und Solidarität. Hm, da ist auch nicht erst so viel los. Aber ich würde sagen, machen wir auch noch mal kurz die Gebäude fertig. Da ist es zumindest mal als Bau-Unruf schon mal getickt. Alter, die haben echt jeder ihr eigenes Gelebecken, ne? Das ist unglaublich. Naja, Bauernhöfe halt. Was ist denn das hier eine beschissene Gebäudeform? Alter, dass die Leute nicht gerade Häuser bauen können. Da müssen wir dann wieder so einen komischen Zick-Zack-Kram da machen. Eigentlich kann man da mit der Träger jägen, die man zwischen dem Haus parken kann oder so. So, da haben wir wieder so ein glückliches Teil. Das rupieren wir mal wieder ab, wie immer. Wir machen dann auch aus dem Gülle-Tank. So. Und ich würde sagen, wir arbeiten irgendwann hier in Ordner-Wochen vor. Gut. Ähm, was soll das jetzt? Was soll das denn jetzt, ey? Hä, bin ich doof? Wie hast du gedrückt? Versichernd liegt noch oder? Warum kann ich denn jetzt nur 25 Grad flinke? Das muss man nicht verstehen. Was soll das denn? Das könnte auch ein Beet sein, aber ich glaube, das ist ein Gebäude. Ich tick das mal als Gebäude. Wir brauchen keine Hausbesitzer, denn die Holger gehören uns. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer, die Fabriken gehören uns. Aus dem Feld kapitalisten, denn es ist schlau, wir sind es wir. Alter, jetzt kommen ja die Revolutionsflieger mit Jemini. Was habe ich denn bloß in meinem Floh drin? Das ist für eine kleine Gebäude. So, wie gesagt, wir arbeiten auf meinen Norden, Richtung Mondfuhr, da ist nichts mehr. Oder doch, da ist auch noch ein Haus, okay. Das ist dann wohl das Vorortgebäude oder so, keine Ahnung. Das hier ist auch so ein kleines Stallgebäude oder so. Alter, ich glaube hier nicht, warum ich manchmal das nicht richtig aufgezogen bekomme. Total strange. Meistens geht das, manchmal geht das nicht. Ich weiß nicht, was ich dann mal anders mache, wenn es nicht funktioniert. Hier liegen auf jeden Fall Tiere drauf. Dann können wir das Wort gleich mal eintragen. Jetzt machen wir das Ende hier erstmal. So, jetzt muss ich noch mal gucken, was denn eine Schiweite ist. Ich weiß nicht, was denn eine Schiweite ist. Ich weiß nicht, was denn eine Schiweite ist. Dann haben wir doch da schon mal eine Schiweite gemacht. Ach, das ist doch auch schön. Da oben habe ich gleich noch eine gesehen. Aber auch riesig. Aber das sind eindeutig Viehweite. Ja. 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 Fertig. Ja, Patsch. Ja, Patsch. Dann können wir das theoretisch auch gleich als Bauernhof taggen und das Gebiet. Dann können wir das theoretisch auch machen können. Habe ich jetzt nicht vergessen. Ja, ich mache jetzt einfach nur noch mal. Musik Es lässt sich hier auch relativ gut abgrenzen Ungefähr hier Deine Schwester steht auf Metal Dein Bruder auf Hörbücher Deine Mutter auf Elektro Dein Vater auf Bossa Nova Deine Katze auf Klassik Und du auf Pop Macht nichts Dieser Family bietet dir 6 Premium Profile für nur 14,99 So bekommt jeder ein eigenes Profil Dein Flow bleibt dein Flow Und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören Ohne einander zu nerven Gleichzeitig Klicke auf das Banner Und hol dir jetzt Deezer Family So, was für ein Landwiews Ähm, hm, hm, hm Ja, okay Gut, ähm Machen wir mal im Süden hier weiter Jetzt weiß ich nicht so ganz da, wie weit der Bauernhof geht Insofern lassen wir das nochmal als nicht der Bauernhof Aber auf jeden Fall machen wir dann mal die Hüllegrube jetzt gerade mal fertig Was hier Alles aber schon eingetragen Na gut Das machen wir doch mal ein bisschen anders hier Damit das nicht mit dem Hüllegrube kollidiert Dann müssen ja nicht 500 Punkte für sein, ne Machen wir es auch, wenn das hier hier doch nochmal auf dem Hüllegrube Dann weiß ich es nicht So, gute Kugel Na genau, das wollte ich mich vermeiden Ähm, wo ist denn jetzt da das Ding Das ist aber ich wieder schief Ja Oh, das da unten ist Da wieder ein neues Gebäudeteil Aber die sind miteinander verbunden, auch wenn sie anders aussehen Das ist jetzt gar nicht auf die Hüllegrube Und wenn sie das hier auch nicht Was hier auch nicht Mal gut sein Und da sind wir an irgendeinem Du-Ich als natürliches Wasser würde ich das aber nicht irgendwie nicht gerade bezeichnen aber egal das hier erstmal so jetzt geht es nicht weiter wir waren gedulden sogar nicht okay das schiegt mir auch noch eine Beude aus so das haben wir etwas hier was ist das hier auch wieder eine Beude oder ist es aber wieder nur Wasser aber es ist nicht man weiß es nicht das ist wieder als Baron hochgetaggt okay die Musik die Beude kommt echt ein bisschen mehr Hey, das ist ein Parkplatz. Und wenn es Schatten gibt, dann kann es kein Parkplatz sein. Dann ist das doch ein Gebäude, oder? Was sieht so ein Gebäude aus? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Hm, da. Uh, die haben wir ja noch gar nicht. Na gut, na gut, na gut. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich hier nur... Ey, Alter, was ist das? Manchmal macht mich das Ding echt ein bisschen mürbe. So. Dann machen wir das Reisum. Ach so, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Moment. Ah, wenn ich genau, wenn ich den Auszeiger beim Aufziehen drücke... Ach, das ist ja so, so ein Strich. Vergess es. Aber ich glaube, das ist es, wenn ich den Aufziehen drücke halte. Dann ist es, glaube ich, im 45 Grad Winkel. Und wenn ich das nicht mache... Okay, da liegt es auch nicht. Okay. Hm. Das ist ganz seltsam. Ganz irgendwie ganz seltsam. Ganz ganz strange. Alter, was soll das? Nehm ich das falsche Werkzeug? Warum hängt mein Rechner jetzt? Untertitelung... Das ist ein ganzes Fisch. Das ist ein ganzes Fisch. Das ist ein ganzes Fisch. Ich glaube wir machen am besten mal hier oben weiter am Obertsrand und dann arbeiten wir uns wieder in die Mitte vor, wie wir das in der Stadt auch gemacht haben. Das war's für heute, wie wir das in der Stadt auch gemacht haben. Deine Schwester steht auf Metal, deine Mutter auf Filmbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und nur auf Pop. Die ist da hier selbst mit Scheiße. Diese Family bietet dir sechs Premium-Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Flo bleibt dein Flo und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne einander zu nerven. Gleichzeitig klicke auf das Banner und hol dir jetzt Deezer Family. Ich bin hier echt taub bei dir, das ist unglaublich. Dass sowas erlaubt ist. Ich meine, das vergleiche ich auch mal mit der laufstrecke der Musik da jetzt. Das ist doch echt, das ist doch lachhaft, ist das doch. Das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch. So, da ist wieder so ein komisches Eckgebäude. Und ich darf noch wieder nicht irgendwie irgendeinen Weg gezeichnen, wie ich das will. Irgendwie komme ich mit dem Teil manchmal nicht so ganz zurecht, scheinbar. Das ist doch, das ist doch. So, ich mach wie gesagt erstmal den Norden hier durch, da ist noch eins, das sind hier übrigens GPS Spuren, ja dann kann man die Karte mal so ein bisschen ausrichten, aber passt ja soweit ja keine Ahnung warum das jetzt wieder so ein Teamwinkel ist nicht einfach gerade Was denn da war mal einer oder ein Gülle-Tank oder was soll das jetzt hier sein? ehemaliger Gülle-Tank oder wie? Na denn Da sehe ich auch schon wieder Tiere drauf dieser Weile hier Jetzt können wir das auch wieder als Zweige checken Ja das sind doch eindeutig Tiere Also wo das Ding aufhört Ist alles die Weile oder nur das Stück da irgendwie so abgetrennt ist? Hier scheint ja eigentlich eine Begrenzung zu sein Hier scheint ja eigentlich eine Begrenzung zu sein Mal das Teilstück erstmal Das ist einfach nur eine Farbspur Ich glaub da ist irgendwie ein Sound oder sowas Oh hier gehen sie auch gleich weg Hat das doch irgendwie irgendwie Hat das doch irgendwie alles gesammelt Ich meine Hm Aber für so eine riesenflächige paar Dinger Ich glaube Ich glaub das macht das erstmal so Macht daraus dann mal eine Farm mit er links in der Weide, zwar nicht so ganz genau jetzt, aber jetzt schon wieder in der Weide. Das ist aber diesmal in der gesamten Weide. Ja doch, das ist recht eindeutig. Und was soll denn das Ding, er macht mir da einen Hut dahin. Ja, das ist ein klatsch da. Ja, das ist ein klatsch da. Doch, das scheint hier zu sein. Sieht auch irgendwie farblich anders aus. Pokal gefressen quasi. So, das ist dann wieder ein... Das ist... Am Norden waren wir schon. Auch. Was ist das jetzt hier? Man weiß es nicht. Da sind auch schon wieder Tiere drauf. Das sieht auch so sehr gefressen aus. Das ist wohl auch eine Viehweide. Oder das Trinkbecken waren wir oben. Ja, das ist ja... 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 Und da habe ich auch schon wieder Tiere gesehen. Ich würde sagen, das ist alles eine Fläche. Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop. Macht nichts. Dieser Family bietet dir sechs Premium Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Flo bleibt dein Flo und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne einander zu nerven. Gleichzeitig. Klicke auf das Banner und hol dir jetzt Deezer Family. Warte mal, ist das schon geteckt? Ne, das ist nur der Fluss. Warte mal, ist das schon geteckt. So, dann machen wir daraus auch mal Ich weiß nicht, man muss überhaupt nur noch weitergeben So ungefähr Gut, bei den Gebäuden, die haben wir jetzt schon Ich weiß nicht, was das ist So haben wir das Ötchen dann auch jetzt, oder? Oder ist da noch irgendwas, was noch nicht irgendwie Entschuldigung Das sieht doch auch wieder so weit fertig aus So, was war das jetzt? Was denn da oben? Ja, weil er also scheiße gearbeitet hat doch Was denn da oben? Was denn da oben? Hm Nee, nicht beheben Was denn da oben? Was denn da oben? Was denn da oben? Was denn da oben? Ostenau-Dorf ist ja auch mal eine geile Straßenname Ostenau-Dorf Ach ja, genau Und Ostenau-Stadt gibt es dann auch noch eine Straße, oder wie? Ah, ist das schön Dann wollen wir mal warten, dass die Häuser da kommen Ah, wo bleiben meine Häuser? Ah, sind sogar die komischen Weideflächen eingezeichnet? Ja, das ist doch schön Gut, da hat also Ostenau-Dorf auch ein paar Häuser Ja, sehr schön Das ist dann ein bisschen Gebiet Na, da ist auch eine schöne Stadt oder so Schauen wir doch mal Na gut, also Stadt würde ich das jetzt nicht mehr Aber wir machen es trotzdem mal Ich lasse drauf Es ist ein bisschen doof, dass da noch so wenig GPS-Spuren sind, da können wir die gerade einmal geschlägt ausrichten, aber das scheint so im Großen und Ganzen schon zu stimmen. Und hier ist ja auch schon einiges entdeckt, das ist doch schön. Dann können wir ihn auch dazu machen, würde ich sagen. Der kam dann ja scheinbar nachträglich später mal dazu. So. Ich bin, dass man hier im ländlichen Bereich immer nur so wenig Sachen braucht. Die Sachen so oft wiederholen. Da haben wir auf jeden Fall schon wieder beiden sehr schönen Kielchen drauf. Irgendwelche Kühe oder so. So, das ist nicht Residential, das ist ein Bauanruf, das ist Unsinn. Das ist bestimmt kein Wohngebiet. Das ist kein Wohngebiet, das kann er mir nicht erzählen. Ein Wohngebiet mit einem Gülle-Tank, ja, nee, ist klar. Oh, Alter, du musst das nicht so eng einkreisen hier, ey. Oh, so lassen wir das jetzt. Gut, dann noch mal kurz den Dorn noch fertig decken. Jetzt geht der Fall schon mal auf. Jetzt geht der Fall schon auf. Das ist nicht so kommst du auch. Und dein letztes Mal winken und ich will raus. Ich stecke da mal, ich sage, immer mal einzeln. So, da ist auch noch ein Gebäude. Ich weiß ja, ich würde echt gerne wissen, was diese komischen Teile da immer sind. Die gibt es auf jeden Bauanruf und ich habe keine Idee, was das sein soll. Mistaufen, oder? Und hin, geh zurück, komm, essen und einsehen zum Schluss, dass man weitermachen muss. Da ist auch noch das ganz schönes Mal, die Schetzungen zu veränderned, wenn du hier und in der ganzen Zeit stehst, kann man weitermachen um das Ganze und zu bedennis, sondern ich kann den Weg rein, hin, dass der Zeit in der Zeit ganz klar erneut, und ihr hier, nur sehr gut ist, was das Ganze funktioniert. Und dann habe ich jetzt auch das Ganze gemacht. So, da ist es noch ein Gebäude. So, da ist dann wieder raus, ich will doch dann ein Pieperin, und wir werden dann ein Tier. So, dann machen wir die nochmal kurz, die beiden nochmal fertig, die sind ja auch noch relativ gut erkennbar. So, was war das, Mellow, genau, da vorne ist auch noch eine. So, dann haben wir die beiden. Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop? Macht nichts, dieser Family bietet dir sechs Premiumprofile für nur 14,90 Euro, so bekommt ihr ein eigenes Profil, dein Floh bleibt dein Floh und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne einander zu nerven. Gleichzeitig, klick auf das Banner und hol dir jetzt dieser Family. Oh, kann mir das nicht jemand mal sponsern oder so? Das ist ja erfüllterlich. Oh Gott. Eigentlich können wir ja auch gleich das Ackerland dann machen, wenn wir schon Weiden hier anzweichnen. Hier ist ja auch relativ eindeutig, was soll ich. Ich glaube, ich mache ja auch mal die ganzen Felder mal einzeln. So, das geht hier tatsächlich mal direkt rüber, ohne dass da ein Zwischending ist. So, was heißt denn jetzt Weide? Ackerland, ja, Ackerland würde ich sagen, passt. Ja, was weiß ich, was der da anbaut, wenn ich irgendwie Jesus oder so angebaute Pflanze, ja, nee, ist klar. Ein Reis, ja, wahrscheinlich, oder Zuckerrumme oder so. So, da sind auch Trakturspuren, das ist also auch ganz offenkundig. Ich lasse hier aber auch mal zwischendurch ein bisschen Platz, damit man die Baumreihe später gleich nochmal eintragen kann. So, da posición Sol, slow, quick, quick, quick Swallow, wall, brick to brick They work so fast It makes you sick So... Äh... Was war das jetzt? Achso, armdämmend. Und kocht das nicht bei den letzten Erdmüllen auf? So, das ist auch mit Ackerspuren und mit Traktorspuren versehen, das Feld. So ist das auch ein Acker. Ja... Und bei den Wiesen hier... Ja, obwohl da sind ja auch Traktorspuren zu sehen. Und wenn es Traktorspuren gibt, dann ist das eindeutig ein Acker. So... Was auch immer da jetzt gerade an Q&A angeboten wird. So... 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 So, hier bin ich mir zum Beispiel nicht mehr so ganz eindeutig im Klaren darüber, was das ist. Was ist das denn hier? Was haben die denn da gemacht? Strange. Also wenn das Wasser ist, dann ist das da oben aber auch Wasser. So, hier bin ich mir zum Beispiel nicht mehr so ganz eindeutig im Klaren. Warum kann ich da jetzt nicht einfügen, die Werte? So, wir werden kopieren. Dann müsste ich doch jetzt hier eigentlich auch die Erde einfügen. Wie wollen das? Hier drunter die E-Lews auch immer. So was tobes. Ein bisschen weiter nach links verschieben das Ganze. Passt das doch. So. So, das ist aber auf jeden Fall kein Bauernhof. Genau, da passt das nämlich auch mit dem Residential. Was ist das hier? Haben sie da einen Flugplatz hingedauert oder was soll das sein? Das ist ja unglaublich. So, hier oben. Hier ist auch wieder Ackerland. Ganz eindeutig. Bis zum nächsten Mal! Das war's für heute. Ja, und das ist dann wohl tatsächlich die Wiese oder so, oder? Hm. Da sehe ich auch gar keine Spuren, keine Tiere, aber ich lasse das erstmal leer. Das muss man später nochmal beobachten. So, hier haben wir das Haus eingezeichnet. Hm. Das haben sie da oben gemacht mit dem Wald. Da wurde derbs gerodet da oben. Der Aldi Preis, Preis, Baby. Die Mehrwertsteuer sinkt und Aldi setzt noch bis zu 1% obendrauf. Das bedeutet einmal einkaufen, zweimal sparen. Diese Woche Mini-Romaristen-Tomaten in der XXL-Packung. Die 500 Gramm Schale für nur 1,44 Euro. Teuer kannst du dir sparen. Jetzt bei Aldi. Wer kommt denn darauf, dass es ein Wohngebiet ist? Ein Wohngebiet mit Gülle, ey, Leute. Ein Wohngebiet hat keinen Güllebehälter. Name, Name, Name. Bis zum nächsten Mal. 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 Ups, 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 was haben wir denn da im Punkt? Bis zum nächsten Mal. 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 Was ist hier, so eine Getränkefläche? Hm, warum ist das jetzt da drunter da? Ich mach mal bis da. Sind das jetzt Tiere da oder was soll das sein? Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop? Macht nichts. Dieser Family bietet dir 6 Premium Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Flo bleibt dein Flo und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne aneinander zu nerven. Gleichzeitig klicke auf das Banner und hol dir jetzt Deezer Family. Nein, mach ich immer noch nicht. Das ist ja geil, die sind ja gerade am Grasternten oder die? Irgendwer die Bahn da aufgestrahlt. Ja, wo wir das denn auch als Bastand decken oder? Da ist das nur einmal im Jahr irgendwie das oder einmal im Vierteljahr oder alle 5 Jahre, dass sie da Gras machen oder so. Aber das sind doch auf jeden Fall Grasbahnen. mehr mehr Oh, wo war die Gerfriede für die Heels zu gewinnen? Ja, halt deutlich, ne? Ah, ich mach wieder dieses Zeichenbergzeug hervorragend. Äh, weg, ne? In den Linien. Hm, da oben wird auch kraft gemäht, okay. Oh, krass gemäht, ne? Ja, das ist auch krass. Ja, das ist auch krass. Ja, das ist auch krass. Und so, und hier ist wieder eindeutig ein Acker. Komische Form zwar, aber egal. Ja, das ist auch krass. Ja, das ist auch krass. Was ist denn jetzt falsch? Wald. 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 Ja, das ist auch krass. Ja, das ist auch krass. Ich mache wieder einen neuen Punkt. Was ist das hier? Das muss ich erkennen. So, da haben wir wieder einen normalen Hacker. I just can't get enough. Warum hätte ich hier eine komische Hose? Was ist denn? Na gut, macht er hier unten auch. So, das ist echt super. Gut, das war ein Wald. Unbekannt, was es ist. So, das ist ein Hacker. Ja, genau. Mr. Bain. Ah, da muss man besser weiterentwickeln. Hallo, Rechner! Was soll das da? Das zeige ich jetzt aber nicht. Ist da irgendwie eine Fisch oder eine Leuch oder so? Darf man da nicht beackern oder was? Das ist völlig strange. Das ist ein Stück Wiese. Nee, das ist echt eine Ruhr, bitte. So, da haben wir noch ein bisschen einen Acker auf jeden Fall. Geht aber noch bis hier ungefähr. Auf jeden Fall ist er da. Gut, da vorne ist auch auf jeden Fall noch mal ein... Schönen Abend auch mal wieder... Ach, haben wir ja sogar schon getaggt. Gut, da ist auf jeden Fall auch noch mal ein Acker. Nein, nicht verbinden, bitte. Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop? Macht nichts. Deezer Family bietet dir sechs Premium Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Flo bleibt dein Flo und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne einander zu nerven. Gleichzeitig. Klicke auf das Banner und hol dir jetzt Deezer Family. Da ist auch noch mal so ein Fluss für die Tiere, denn so können wir es mit die Weide nochmal verändern da. Alter Kutsch der See, der wird ja auch für die Tiere sein. Mal schauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Juhu Den See, da machen wir auf jeden Fall mit zum Acker da Ja, jetzt wird Weide, meine ich Und dann zeichnen wir den See auch nochmal kurz ein Ich glaube, das ist schon Ich glaube, das ist schon Hier wurde Marmel auch nochmal ein Feld drauf Ich glaube, das ist schon Ich glaube, das ist schon So, rechtwinklig Was ist das hier, man weiß es nicht Komische Blecher hier drunter Da sind wieder Tiere drauf Ist das dann eine Weide auf jeden Fall So, um 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 Hier können wir dann auch ein Chains Set langsam hochladen. What? What what? What? Das ist kein Punkt. Das ist doch die Fläche, bin doch nicht bescheuert. Nur den Punkt markiert. Die Linie. Ja gut, das habe ich ja gerade gemacht. Ja, das ist ein bisschen unendlich gearbeitet, aber das ist mir dann jetzt egal. Was ist denn? Weiß man nicht. Das ist ein bisschen unendlich gearbeitet. 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 Was auch immer Paul's Gabel für ein Ort ist. Das ist ein bisschen unendlich gearbeitet. 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 Jut, dann fangen wir mal mit den Gebäuden wieder an, wie üblich. So, da haben wir auch wieder ein schönes Gebäude. Untertitelung des ZDF, 2020 Das können wir lieber direkt so heransetzen. So, da brauche ich auch eins. Dann, nee, das könnte was anderes sein. Das ist wieder so komisch mit der Linie. Es ist nicht nachvollziehbar, also ich mag genau alles wie sonst auch immer. Es ist einfach nicht reproduzierbar. Dann haben wir da noch ein Gebäude. Da sind auch noch einige, aber ich mache jetzt erstmal hier oben fertig. Wie auch noch so ein Gebäude rum, das sich mal wieder nicht eins rechnen lässt. Ach, Fehler, 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 Stopp! So, ist da im Norden noch was? Die anderen sind auch noch einiger. So. Was ist das? Was ist das? Okay. So. 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 weil sie das so komisch einzeichnen. Ich glaube, da kam dann so eine Felder. Ja... Hier steht auch noch mal raus. Das sind so Darts-Film? Ne. Sehr doch. Das sehe ich mal so. Das sieht ja nicht eindeutig gut aus. Hängt sie ja auch genau gezeichnet. Geht auf jeden Fall besser. Das muss irgendwie echt ein Milztaufen sein. Echt auf jeden Baumannhof. Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop? Macht nichts. Dieser Family bietet dir sechs Premium-Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Flo bleibt dein Flo und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne aneinander zu nerven. Gleichzeitig. Klick auf das Banner und hol dir jetzt die Waffe dabei. Sie hören nichts mehr anschießend. Oh mein Gott. hati von 3 Waffe dabei есть Geschichte Ich weiß nicht, was das hier für ein komisches Bundesheil ist. Weil die Linie noch ausgewählt ist, die vorherige. Hm, scheinbar. Muss ich die Linie deaktivieren vorher. Ich weiß nicht, was das hier für ein komisches Bundesheil ist. Ich weiß nicht, was das ist so scheiße. Ich weiß nicht, was das hier für ein komisches Bundesheil ist. Ich weiß nicht, was das hier für ein komisches Bundesheil ist. Ich weiß nicht, was das hier für ein komisches Bundesheil ist. Ich weiß nicht, was das hier für ein komisches Bundesheil ist. Das sind scheinbar so Speichertanks eher. Silos oder so. Silos oder so. Das ist jetzt eine Autosie zwischen einem Silos und einem Speichertank. Was sind denn die Tags jeweils? Angenommen, ich mach da jetzt ein Silo draus. Das ist ein Silo. Okay. 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 So what do we do in our lives? Flüssigkeiten oder Grasen, das halte ich für unwahrscheinlicher. Dann nehmen wir wohl ehrlich doch das Silo. Reil oder was auch immer. Soll ich hier sein, wenn wir mal so sein, dass wir da oder was auch mal so sein wollen. We are waiting on the way, oh All we want is like a young Underbound Jut F4 Keine Ahnung Keine Ahnung Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop? Macht nichts. Dieser Family bietet dir 6 Premium Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Flow bleibt dein Flow und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne aneinander zu nerven. Gleichzeitig. Klicke auf das Banner und hol dir jetzt dieser Family. Wenn ich dann traurig bin, dann irgendwie, was mach ich dann? Untertitelung des ZDF für funk, 3 2 3 5 5 0 6 6 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hier ist hier schon gecheckt, war das? Ja. Auch ein Bauernhof, die haben auch der kühle Behälter. Habe ich schon, okay. So, das ist das. Ah ja, und so läuft da so eine Leitung, oder die? Ja. Ähm. Ich weiß nicht, was das ist. Residential. Aus wie Schafe oder so. Da steht glaube ich ein Schaf rum. Witz und was ist ist ein Schaf? Eckball ein Schaf, wie jetzt auch? Oder? Aber trotzdem können wir das hier als weite Fläche checken. So was war das? Migo war das, genau. So was auch immer das jetzt hier ist. Warum sieht auch immer anders aus normalerweise. Oh, ich glaube wir machen das noch die Häuser. Das ist doch immer noch da, aber auch. So was war das, was I said was true. And it couldn't be me or me far in between. Without you. Without you. Das ist ein Mann, das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Musik So, um... Was ist das hier? Hm, nicht erkennbar. Ah, wie schön, die sind wieder... Noch mehr Schafe. Das sind alles, glaube ich, Schafe. Alle so weiße, bunte. Sieht ja lustig aus. Obwohl, das können auch... Ne, das sind, glaube ich, eher Silageballen. Die Schafe sind, glaube ich, zu groß. Ne, das sind, glaube ich, diese Grasballen, die mit weißen Folien entwickelt sind. Ja, doch. Eindeutig relativ. Die Schafe definitiv zu groß. Weiter liegt auch so ein Teil rum. Aber wo so ein See ist in der Mitte, da ist eigentlich mal Weideland dann. Warte mal, müssen wir mal ein Verhältnis setzen. Das ist eine Straße. Musik Zwei Meter lange Schafe? Ne. Das sind eher diese... Das sind, glaube ich, eher so... Ja, die so wollen, glaube ich. Nee, die sind nicht weit lang. Jetzt fahren wir wieder lang, die Schafe. Nee, nee, nee. Insofern ist eigentlich relativ klar, dass sie da... ...beabgemäht haben. Aber egal, wir lassen das glaube ich jetzt erstmal so. Das ist wiederum so ein eindeutiges Feld. Naja, erstmal die Häuser kurz weggegangen. Kartein. 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 Und ich kann nicht genug für dein Lübe! Ich kann nicht genug für dein Lübe! Ich kann nicht genug für dein Lübe! Ich weiß nicht, was ich, Baby! Ich kann nicht genug für dein Lübe! Ich kann nicht nur meine Damen und Herren, ich kann nicht nur meine Kinder ausfüllen, sondern nur habe sie mich für deinearnos fizern. Ich kann nicht nur sagen, weil sie weiter zurückjacken! Nein, 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 nein. zum teil ist das ein riesen feld endlich habe ich das mit der mehrwertsteuer kapiert macht die werbung jetzt mit dem opel green die mehrwertsteuer geschenkt für viele sofort verfügbare modelle inklusive opel flat für drei jahre kostenlos mehr informationen bei teilnehmenden opelpartnern und auf opel.de untertitelung.at Vielen Dank. 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 Wer klopft da? Was ist denn das hier für eine Müllhalde? Da stehen da nur Tiere rum? Das wird natürlich auch sein, ich will ja nichts Falsches behaupten. Es ist einfach nur ein Schweine-Ecke oder so, Schweinefeld oder so, die Matschen da rum. Na ja. Ja. Das decken wir noch mal. Das decken wir noch mal. Was ist das jetzt hier wieder ist? Was ist das jetzt hier wieder ist? Das weiß man halt wieder nicht, das ist aber nur grün. Kann alles sein. Ja, ich glaube, das ist echt krass. Ja, ich glaube, das ist echt krass, aber Noah. Weißt du was? Weißt du was? Was ist das? 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 Can we mnie warte? Mhm. Na, ich mach da jetzt mehr Rot aus. Rot aus der Ecke auch. Niemand kommt rein und setzt sich hin. Den Fuß auf den Tisch, Hand und das Kinn. Man macht es hungrig, mein Frühstücksmenü. Niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich. Oh ne, das ist aber auch genau da. Ich dachte, ich punkt da noch hin. Aber dann ist das da oben auch irgendwie eindeutig mellowed. Genauso eindeutig, wie es vorher noch ein Schaf war. Jetzt ist es ja auch schon. Oh mein ich. Ich honk. Gut. Da ist auch wieder eine Weile mit den Tieren drauf. Oh, die scheint hier zu enden. Das ist einfach nur eine Täuschung. Die ist abgetrennt. Da sieht man ja, hier laufen sie herum. Da ist ja alles platt getrampelt. Nett hier. Okay. Okay. Ich weiß zwar nicht, was in der Bereich da rundherum sein soll. Aber da ist zumindest irgendwie abgetrennt. Da in der Ecke ist auch alles niedergetrampelt. Da in der Ecke ist auch alles niedergetrampelt. Das ist echt eindeutig. Ja, das ist eindeutig da getrennt. Ja, was das Bild daneben ist. Aber, naja. So, hier haben wir. Ein klarer Sache. Die ist dann nachmittags los. Eine SMS nach der anderen. Die Grenzen machen zu. Du musst gucken, dass sie noch rauskürzt. Wochenlang. Wochenlang waren wegen der Corona-Pandemie viele Grenzen Deutschlands geschlossen. Oft durften nur Berufspendler die Grenzen überqueren. Dann haben mich deutsche Autofahrer mit einem gestreckten Mittelfinger gegrüßt, weil sie mein französisches Kennzeichen gesehen haben. Europas Corona-Pandemie. Das ARD-Radio-Feature über Abschottung, Misstrauen und Solidarität. So. Das ist doch auch, wenn man das auch eindeutig Farben nennt. Also, irgendwie... Weiß ich nicht, warum die da mittendrin immer so Kram machen. Echt ein bisschen seltsam. Oh, das ist auch wieder hier mittendrin. Hier runter, das war... Hm. Da ähnelt das auch wieder etwas hier. Weil da noch ein... Grünstreifen ist. So. Oh, noch ein bisschen weiter nach links. Dann passt das. So. Jetzt haben da... ...sind auch wieder... ...Tiere drauf. So. So kall gefressen aus. So. 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 Ja, Urlaub bin ich mir nicht so sicher. Verlassen wir mal. Jetzt haben wir ja hier in der Ecke auch wieder alles gemacht was wir machen konnten. Ja, haben wir auch getaggt. Jetzt auch. Ja, dann können wir das auch noch machen. Dann haben wir schon gedacht was so anders sind. Ja ne, ich glaube das machen wir am nächsten Mal dann. Das ist ja noch recht eindeutig. Das machen wir auch noch mal kurz. Ja. 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 So, den Kram mal da aufschrauben, ok. Wo sind wir hier? Paul's Kabel. Musik Jut. Dann schauen wir weiter. Ja, das ist doch nun weiter nur, was ist denn bitte weiter? Deswegen haben wir das letzte Mal wieder gearbeitet. Ja, kein Wunder, das ist noch so leer aus wie alles. Auch das Wetter müsste anders aussehen. Na komm, zeig es mir an. Ja, das sieht doch schon anders aus. Ja, das ist ein bisschen was gemacht. Ja, nicht mehr ganz so viel drauf. Gut, das war also Paul's Gabe in Schleswig-Holstein. Aber dann sind wir interessante Gegenden wieder so. Ja, ich würde sagen, das wird unser nächstes Projekt, obwohl das ist schon. Ja, ne, aber nicht so ganz wirklich. Da ist auch nur wieder die Hälfte gemacht. Die Häuser fehlen wieder. Ja, klar. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Jetzt sehen wir nochmal solche Gebäude. Was haben die das? Was haben die das geteckt? Was? Was? Das soll die kühle Welt da sein? Hm. Okay. Hm. Das ist, glaube ich, nicht sympathisch. Ich glaube, da geht woanders hin. Süderzollhaus. Was haben wir denn? Süderzollhaus. Schön. Das ist doch eine schöne Gegend. Da gibt es auch ein paar GPS-Tracks wieder. Das ist doch schön. Straßenscheine so ungefähr zu stimmen. Deine Schwester steht auf Metal. Dein Bruder auf Hörbücher. Deine Mutter auf Elektro. Dein Vater auf Bossa Nova. Deine Katze auf Klassik. Und du auf Pop. Macht nichts. Dieser Family bietet dir sechs Premium-Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil. Dein Flo bleibt dein Flo. Und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne aneinander zu nerven. Gleichzeitig. Klicke auf das Banner und hol dir jetzt dieser Family. Die Presidential. Das ist ein Bauernhof. Ey, das sieht man doch auch. Deine Antmentation habe. Wo ist aber Chloe. Jetzt muss ich hinter nine rein? No. Du bist Blöber. Kaif corporativ. das ist ja mal ein geiler nicknames schweinen nippel ja die ja willkommen bei mir im kiez und willkommen bei mir aus am pauli das ist das erste mal dass ich oben streetmap streame und dann wie ich da die tiere und dann habe ich dann den schweinen nippel gleich bei mir das ist doch schön ach ist das geil aber wie gesagt das war ja nun eindeutig im wohngebiet gibt es nun keine gülle behälter oder das kann ich mir nicht vorstellen insofern decken wir das mal um dürfte so insofern machen wir daraus mal in den bauernhof so aus der ecke hier so ja irgendwie so ein wuffier Ungefähr. Deswegen ist es auch irgendwie zu groß. Dann ist es ja viel kleiner. Obwohl keiner unter den Bäumen sein. Gut, dann ist es auf jeden Fall erstmal wieder ein Gebäude. Da ist auch wieder eins. Und das dürfte auch eins sein. Gut, schmeckt das sogar. Gut, da ist auch wieder eins. Da ist auch noch eins, weil das Kleine ist glaube ich, der Rest ist glaube ich von mir. Einbauer oder sowas. Das ist auch nicht so ganz klar. Schattenmäßig könnte das auch ein gesamtes Gebäude sein. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch eine Gebäude. Gut. Wie viel bist du hier? Gut. 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 Äh, Punkt... Fünf... Vereinigung. Gut, dann machen wir das anders. Machen wir das halt so um. Jetzt mach ich wieder genauer, als es genau sein muss. Nee, 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 nee. Wir haben uns halt doch als eine Brille. Ach, ich hab hier das andere Brille noch aktiv. Ja, daran lacht es tatsächlich. Na gut. Auch eine komische Brille-Einheit. Man, ich weiß, wo Eingebote aufwirken, als es irgendwie beginnt. Ja. 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 Ja, das ist doch wieder so komisch. Ich hab gedacht. So, da oben stehen auch wieder ein paar Gebäude rum. Das kann alles sein, muss kein Gebäude sein. So, dann haben wir da, da haben wir gar nichts mehr. Ach, der guckt ja mal die GPS-Spuren hier an, wo ist das Chaos ausgebrochen hier. Oder kommt scheinbar nur noch Felder. Aber hier sind noch ein paar Gebäude. Dann haben die auch wieder als Wohngebiet getickt. Ja, klar, war ja zu erwarten. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich meine, klar, die Bauern werden da auch wohnen, aber interessant gesehen, kann ich mir das nicht auf Dauer vorstellen. Ist das hier ein Boot, ein Schlauchboot oder ein Pool? Ja. So, dann haben wir doch noch eins. Und da ist Romain. Jutsch. Was ist das hier? Widerzollhaus. Amlet, was? Hat er auf dem Feld gesprochen und ist da aufgetreten oder wie? Was ist das hier? Widerzollhaus. 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 Widerzoll. 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 So ist dieser, mach es noch lauter. Dann höre ich gar nicht mehr bald. Ja, super. Ja, ganz toll. Ja, super. Widerzoll. 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 Klar. Widerza. Widerzoll. 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 mit einem neuen Rekord. Straßen, Straßen, Straßen da Keine Ahnung So, da machen wir mal einen roundabout, mini roundabout mal hin Wo haben wir das denn, mini roundabout, gab es da irgendwie auch noch was Endeschleife Ich glaube, so kann man das So kann man das situieren Gut, wenn man schon mal so einen Weg gut erkennt Da ist irgendwie auch mal so Das sind aber mehr so Schuppen als Häuser So, da vorne scheint wieder so ein komischer See zu sein So ein typischer Power-Move-See So, da vorne ist der Oh, da sind wir gewesen. Heißaufschwurm. Noch so ein einzelnes Haus rum. Das könnte sogar tatsächlich mal residential sein. Auch getaggt, okay. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts mehr. Jetzt machen wir jetzt noch ein paar Felder rundherum. Ah, hier ist auch noch was. Jo, das sehe ich auch schon. Oh, das sieht ja sehr stark nach Wasser aus. Jetzt bin ich dazu. Also da ist der Fest eigentlich relativ genauer. Wahrscheinlich auch wieder vor 20 Jahren getaggt worden oder so. Ich muss mich jetzt nicht verschieben, aber auch. Oh, einfach nur markieren und verschieben. Ah, das ist wieder verschmolzen mit dem. Wie machen wir das mal rückgängig? Wie genau so scheiße dann aussieht. Naja. Nicht mein Bier. Was ist hier? Oh, nee, Alter. Was habt ihr da gemacht? Das Gegend fasse ich hier nicht an. Völlig nervig. Alles miteinander verbunden hier. Ah, wo ist denn unser Gülletang wieder? Da ist er doch. Und das Ganze ist dann entsprechend auf dem Bauernhof. Ansonsten würde da ein Gülletang rumstehen. Ah, sehr schön. Nee, aber da halte ich mich fern ansonsten. Wie gesagt, noch mal ein bisschen die Felder tecken hier. Was haben wir denn so schönes? Ach, da sind doch schon ein paar größere vorbei. Das ist so schön. Gut, dann nehmen wir mal das große Feld da, würde ich sagen. Hallo? Hm. Komische Feldwurm. Das Nut. Hm, 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 farmland. Trick? Ja, gut, wenn der Trick bin ich einverstanden. Oh, da haben wir noch mehr farmland, okay. Boah, alter, jetzt kommt hier drauf wie deutscher oder wie, ist das ja grausigst. Du, meine Güte. Jetzt geht's aber los hier. Aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei. Nein, doch wir sind uns treu. Hä, warum ist denn da jetzt so ein grüner Fläche dazwischen? Pff, mir egal. Da haben wir da jetzt diesen grünen Streifen dazwischen. Wie da irgendein Leuchte, der da irgendwie geschützt ist, irgendwie und der ausbrühtet. So, das ist dann auch drühten. So, was haben wir dann noch schönes, das haben wir? Dann haben wir, dann kommt ja, auch jetzt nicht eindeutig, ne? Farmland aus. Ist schon wieder so eine mega scharf Futteranbaufläche. Alles, 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 alles Geht vorbei, doch wir sind uns treu. Nimm den goldenen Ring von mir, dum, 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 dum. Ach, die Straße werde ich gleich mal ein bisschen verschieben, noch mal. Hört auch ein bisschen gleich im Film drin. Oh, wo ist denn die Straße? Das könnte ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen länger machen. Oh Leute, ja, nervt mich. Das bedeutet einmal einkaufen, zweimal sparen. Diese Woche Mini-Roma-Risten-Tomaten in der XXL-Packung. Die 500-Gramm-Schale für nur 1,44 Euro. Teuer kannst du dir sparen. Jetzt bei Aldi. Wie ist das? Oh, das wird ja auch nicht sein. Ups. Ups. Da klischen wollte ich den jetzt aber auch nicht. Das ist ja okay, wenn man noch irgendwie so erzählen will. Wenn das dann trotzdem so genau weiter geht, dann macht das auch keinen Sinn. Ja, so ist aber auch hier echt genug. Gut, ne? Also, da muss ich auch nochmal den Gegenpunkt hin. Ja, wie? Und hier ändern sich ja auch nur noch einmal, oder wie? Was will das dann? Ja. 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 Da haben wir ja wieder ein paar schöne Felder oder so. Die können wir auch wieder ein paar als Felder checken. Was ist denn das? Ja, ich glaube ein lustiges fehlt. Was macht denn solche Felder? Was soll denn das? Das ist doch total unpraktisch. Das ist doch total unpraktisch, was die blauern da machen. Das ist doch total unpraktisch. Verrundung da. Oh, am Ende. Hm. Gut, Mist. Was soll das hier? Wollen sie da irgendwas malen? Oder? Ja. 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 Warte, ist jetzt das Einfeld? Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört und anfängt. Das ist ja völlig wer hier. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört und anfängt. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Ich weiß ja gar nicht, wo ein Feld aufhört. Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop? Macht nichts. Dieser Family bietet dir sechs Premium-Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Floh bleibt dein Floh und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne einander zu nerven. Gleichzeitig. Klicke auf das Banner und hol dir jetzt Dieser Family. Ja. Ja, ich glaub. Ich mach jetzt mal kurz die Fälle hier unten fertig und dann belasse ich's auch dabei. Ich mach jetzt mal kurz die Fälle. Ja, wie? Hier gibt's ja keinen Goldstreifen oder wie? Ja, wieder weg. Rationalisiert worden. Ja, ich mach jetzt mal kurz die Fälle. Ich mach jetzt mal kurz die Fälle. so ja wieder komisch geformtes film was ist das denn? sieht ja auch strange aus da haben sie Mehl auf dem Getreidegefell gestreut oder so Unsere Musik KLei 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 Musik Was haben wir hier? Das sieht doch so wie die Tierhaltung aus. 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 Ach, hier sind auch noch ein paar schöne Pferde. Dann findet ihr aber keine Linie, das ist ganz schön. Das sieht doch so wie die Tierhaltung aus. Das sieht doch so wie die Tierhaltung aus. Äh, wie viel Haus hier? Müsst ja, die hat das auch als Umgebiet. Tektoren müssen. Das hört nicht aus sein. Das sieht doch so wie die Tierhaltung aus. So, da haben wir doch wieder unsere Riesenschafe. So, da würde ich ja dann auch noch mal kurz decken. Um. 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 Die Welt hat mich verirrt, die Geräusch nicht ins Laut, manchmal wird es vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wachsicht die Augen und sieht, in einem Bild zwischen Brügel und Bosch, Gaming-Stellen, Sirene, jetzt, jetzt. Man in Warnung nur halb so viel Goss, wird ruhig noch Ristala. In der Ruhe für den Sturm war es nicht, jetzt verheilig, verlöste die Stadt. Unraktionen, incognito, hasten vorbei, offiziell sind die Tiere dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil, halali und grenzenlos geile, noch Vergeltung brüllt zitternd für Neid. Was war das jetzt, ähm, Meadow ist? So, das, da ist auch eine Meadow. Ist das hier? Hm. Warte, Matsch, doch. Da liegen ja auch keine Dinge ein, so finde ich, das ist wahrscheinlich ein Laub oder so. Hm. Na, wir sollen ja mal so, würde ich sagen. Das ist Dallmann. In der Kirsch mit dem Amtkampfdauer Und im Zeher mit Strich und Rumpnor Dies mehr Blinden im Tauben Strubbelt wird dafür Herr dreifach vor ihr verhört Und der Wächter nimmt Schlüssel und hält Sich in eins für jetzt wie ich wie die Weil der Aussehe posolisiert Und vergölf ja eben raus, wo vor sie Ender größter Mann So, ich glaube, viel mehr sollte man da jetzt auch nicht machen, als wir den Change-Set-Datei zu gucken. Aber hier ist noch jetzt noch mal so ein schönes kleines Wohngebiet. Das ist noch mit unserem Gebiet drin, die ich, was wir beide aufweselt haben. Ob man Menschen vertrieben oder quält Da wohinhermachtiert ist, wo streng sie in die Welt ist Von Koscher und Schrammstern entwickelt Wo man Hymnen auf Kampsoja plt In Partnerichall Psychology and Profit Vorcieranern und hwaldwicht den Rögen Tod haben ein glorious ein Jo, aber ich denke mal, ich glaube, das ging mal hoch. Wie heißen das Mann überhaupt? Und oben sieht der Zoll aus. Deine Schwester steht auf Metal, dein Bruder auf Hörbücher, deine Mutter auf Elektro, dein Vater auf Bossa Nova, deine Katze auf Klassik und du auf Pop? Macht nichts. Dieser Family bietet dir sechs Premium-Profile für nur 14,99. So bekommt jeder ein eigenes Profil, dein Floh bleibt dein Floh und alle können gleichzeitig ihre Lieblingssongs hören, ohne aneinander zu nerven. Gleichzeitig, klicke auf das Banner und hol dir jetzt Deezer Family. Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Ich verstehe jetzt die Musik. Ich verstehe jetzt die Musik. Ich verstehe jetzt die Musik. Oh. Gut. Dann sollte da ja jetzt auch ein bisschen mehr passieren. Na los. Naja, ein bisschen. Ah, jetzt. Ja, wir haben ein bisschen mehr eingezeichnet. Gut. Gut, ich würde sagen, wir lassen es aber erst mal. Ich werde das sicherlich öfter noch mal sagen, jetzt in der nächsten Zeit, gerade wenn ich so richtig die Lust gefunden habe, an OpenSkipBad rum zu basteln. Meine normalen Teams sind eher so World of Tanks. Das mache ich immer montags und freitags ab 11 Uhr. Aber so zwischendurch gerne dann immer jetzt mal OpenSkipBad, glaube ich, echt gut drauf. Da habe ich absolut Bock drauf. Gut. Wie gesagt, danke nochmal für den Rollo. Gerade wegen dem grandiosen Schweinchen Nippel hat die Nicknames. Also echt unglaublich. Grandioser Nickname. Absolut grandios. Wir sehen uns vielleicht ganz gerne mal wieder. Also ich, wie gesagt, zwischendurch streame ich dann gerne mal, wie ich dann halt in OpenSkipBad mache. Ansonsten bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.